Moin, ich bin hier in Holz-Gerlingen und habe eine Lieferung für Nadine. Wird jetzt ausgetragen. Los geht's. Guck mal, guck mal. Ich habe sie schon. Na klar, sie war echt. Auf geht's. Nadine, ich freue mich so sehr, dir endlich diesen 5000-Euro-IKEA-Gutschein überreichen zu können. Nimmst du ihn an? Ja! Dann ist der Pipps deiner. Vielen Dank. Gerne. Nadine, als wir dich angerufen haben und dir dann gesagt haben, was Sache ist, was ging in dir vor? Ja, ich war auf dem Weg zur Arbeit. Ich war im Auto und dann kam dieser Anruf und ich habe gesehen 0714 und ich so, nein, oh Gott. Und dann musste ich rechts ranfahren. Ich war fertig und ich glaube, ihr habt dann gehört, dass mir schon die Tränen gelaufen sind, bevor ihr irgendwas nur gesagt hattet. Ich musste erst mal noch stehen bleiben und dann ist ein älterer Herr hinter mich in die Parkbucht gefahren und hat geklopft und gefragt, ob alles okay ist. Und ich so, naja, ich habe nur gerade gewonnen. Und er so, okay, Glückwunsch. Und ist dann wieder gegangen. So, jetzt steht er da hinten. Du hast gesagt, du schläfst auf der Couch, wenn dein Sohn da ist. Ja, und er ist oft da. Aber was gönnst du dir? Hochbett, Boxspringbett? Hast du keine Idee? Also meine erste Idee war, die Küche ist neu, die ist finanziert über Ikea. Ob ich die ablösen kann. Das ist das Erste. Und wenn dann was übrig bleibt. Ein Tisch wäre ganz toll, weil ich gerne Leute hier habe. Und wenn ich, wenn die Family hier kommt, dann sitzen wir hier so zwei, zwei. Ich kann auch nur von mir und Vince sagen und auch von der ganzen Hörerschaft, wir freuen uns alle so sehr, dass dieser Gutschein zu dir nach Hause gewandert ist. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich habe auch oben diesen kleinen Jungen, diese Familie aus Syrien. Und der kriegt ein Kinderbettchen und ein Kuscheltür dazu. Also deine eigene Wohnung wird aufgepeppt und sogar noch die von der Familie drüber. Das ist so schön. So und jetzt zur Feier des Tages. Donuts. Hau rein. So gern. Ein Traum. Ich fühl mich, als hätte ich gewonnen.